Farben, sie machen unser Leben bunt, aber sie können noch mehr, sie können unsere Stimmung beeinflussen. So wirkt zum Beispiel blau kühlend und beruhigend, rot dagegen wirkt wärmend und anregend. Wer Lust bekommt, seine eigenen vier Wände zu streichen, steht aber nicht nur vor der Wahl des passenden Farbtons, denn die Beschichtungen besitzen völlig verschiedene Eigenschaften. Noch vor knapp 30 Jahren wurden am häufigsten reine Dispersionen zum Streichen verwendet. Heute achtet der Verbraucher vermehrt auf natürlichere Inhaltsstoffe, die eher in Silikatfarben zu finden sind. Wichtig beim Kauf ist es jedenfalls, auf ein TÜV-Siegel zu achten, damit sich auch die Kleinsten in einem gesunden Raumklima wohlfühlen können. Doch worin unterscheiden sich Dispersionsfarben von Silikatfarben? Dispersionen eignen sich für das Überstreichen von beispielsweise Tapeten oder Wänden, die bereits sehr viele unterschiedliche Anstriche erhalten haben. Sie können bereits beim ersten Anstrich sehr gut decken, das spart Zeit und viele Farbeimer. Zudem sind sie in allen Farbtönen zu erhalten. Wer Beton-, Mauerwerk- und Faserzementplatten streichen möchte, also mineralische Untergründe, sollte zur Silikatfarbe greifen. Mit ihr bleibt die Wand atmungsaktiv. Reine Silikatfarbe ist aber schwierig zu verarbeiten. Deshalb werden sie zur Dispersionssilikatfarbe kombiniert, um ihre positiven Eigenschaften zu vereinen. Ein vereinfachter Blick unter die Lupe einer Dispersion zeigt vor allem Wasser. Das sorgt für die Konsistenz. Dazu kommen viele rote Punkte, sie stehen für organische Bindemittel. Der Anteil liegt hier zwischen 8 und 15 Prozent. Zudem sind meist Konservierungsmittel enthalten, die hier schwarz markiert sind. Im Vergleich dazu ist bei der Dispersionssilikatfarbe ein deutlicher Rezepturunterschied zu erkennen. Sie enthält nur einen kleinen Anteil an organischen Bindemitteln. Er muss unter 5 Prozent liegen. Deutlich höher der mineralische Anteil, die grünen Punkte hier. Sie machen die Farbe Wasserdampfdurchlässig. Ist die Farbe also an der Wand, kann sie die Feuchtigkeit aufnehmen und nach außen transportieren. Durch den hohen pH-Wert der mineralischen Anteile kann sich also Schimmel nur schwer auf der Oberfläche ausbilden. Besonders in der Küche, in der viel Wasserdampf entsteht oder in feuchten Treppenhäusern ein Vorteil. Also, wer alte Wände mit Tapeten überstreichen möchte und einen außergewöhnlichen Farbwunsch hat, sollte zum Allrounder der Dispersionsfarbe greifen. Wer poröse Untergründe streichen möchte und auf die natürlichen Komponenten Wert legt, sollte sich für eine Dispersionssilikatfarbe oder reine Silikatfarbe entscheiden, die aber nur in gedeckten Farbtönen erhältlich ist. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.